Papier, Papier, Papier. Oh ja, Papier, Papier. Papier, wie lieb ich dir. Oh, du schönes Papier. Ganz kurz mal, die Tiefen und weg und die Hohen. Und weg, ihr Dosenspieler. Kann man damit mal ganz kurz klack, 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 klack? Dankeschön. Bumm, weg. Bumm, bum, weg. Bumm, weg. Bumm, bum, weg. Bumm, bum, bum, richtig. Im Time dieses Papier auseinanderziehen. Eins, zack und zack und zack. Drei, vier. Bumm, 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 bumm. Lauter. Klack, 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 klack. One, two, three, four, zack. Meine Damen und Herren, trauen Sie sich zu, ein bisschen mit mir was zu singen? Nein, ich überfordere Sie nicht, ganz bestimmt nicht. Das, was in der Badewanne für Sie gut genug ist, soll hier völlig ausreichend sein. Warum? Viele sind wir. Und der Text lautet Igepa. Ich dachte an das afrikanische Volkslied Igepa. 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 Oh, yeah. Oh, yeah. One, two, three. Igepa. 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 Oh, yeah. Igepa. Oh, yeah. Igepa. Danke vielmals.